So Leute, ihr seht es gerade schon, ich bin schon im Endgame. Ich versuche jetzt hier einfach mal ein Wildschwein wenigstens mal zu zähmen. Ich bin hier wirklich Ewigkeiten jetzt am hin und her laufen und finde einfach keine Wildschweine. Das ist echt eine Katastrophe. Jetzt habe ich mir aber eben schon mal eins gefunden, dadurch habe ich mir die Verkleidung hier gemacht. Und ihr habt es ja gerade gesehen, einfach die Verkleidung benutzen, Wildschwein, also Fleisch benutzen. Und dann das Wildschwein zähmen. Aber gefühlt, ich bin hier oben gelandet. Da bin ich gelandet, um hier den ganzen Bereich abzuparmen. Aber nur ein Schwein gefunden, aber ich brauche einmal Fleisch und zweimal Knochen, um mir hier den Umhang wenigstens bauen zu können. Aber mehr sehe ich nicht. Ihr seht schon, es leben nur noch fünf Spieler, einer davon bin ich. Also ganz komische Runde. Ich suche eigentlich nur Wildschweine, ich bin gar nichts anderes am machen. Aber finde einfach keine. Ich hoffe, ich konnte nicht. Ah, da haben wir noch einen Gegner. Und? Zack, vielleicht sieht man sogar noch einen epischen Sieg. Oder auch nicht. Aber ihr habt trotzdem gesehen, wie man die Wildschweine zähmt. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem weiterhelfen. Ist halt genauso wie vorher schon. Nur die Aufgabe hat einen anderen Namen bekommen. Ja, da kommt noch ein Follow rein. Oder ein Abo. Auf jeden Fall danke auch für den Support. Wer noch kein Abonnent ist, natürlich gerne ein Abo dalassen. Aber natürlich vergesst bitte nicht das Like. Und in dem Sinne, habt ihr schön wieder ein Fail gesehen. Ich kann hier weiter auf Schweinesuche gehen. Und euch auf jeden Fall viel Glück dabei. Und haut rein. Und das ist ja ganz gut. Und du��도 bist. Und du hast neituız. Und dann, ich kann das mal wieder sein. Vielen Dank.